Musik 26. Oktober 2014, das Abschlusskonzert des Rock, Pop und More Workshops. Ein Wochenende lang wurden 60 junge Musikerinnen und Musiker eingeladen, um von international tätigen Musikdozenten zu lernen. In nur zwei Tagen erprobten acht frisch gegründete Bands je zwei Titel. Diese wurden beim Abschlusskonzert in Weltspillig der breiten Masse präsentiert. Für viele Jugendliche war das Konzert der erste große Bühnenauftritt. Trotzdem meisterten sie diese Aufgabe mit viel Souveränität. Die Idee zu dem Rock, Pop und More Workshop kam, da ich Stiftungsratsmitglied der Stiftung Musikjugendria Land bin. Und ich habe festgestellt, der Junge sitzt zu Hause am Klavier, er übt fleißig, aber es gibt keinen Kontakt zu Gleichgesinnten. Und da kam die Idee, wie gelingt es uns, dass wir die Jugendlichen zusammenführen können, damit sie eine Band gründen. Und habe diese Idee mit Ben Haidt, der Trier-Jazz-Pianist, zusammen entwickelt, sodass wir jetzt ein Konzept haben, die Jugendlichen an diesem Wochenende zusammenzuführen, dass sie in einer Band musizieren können. Eine dieser Jugendlichen ist auch Katrin. Also wir haben uns alle super verstanden, unser Dozent auch. Er hat uns auch sehr viel selbst übernehmen lassen, sodass wir immer mitreden durften. Wenn uns was nicht gefallen hat, haben wir es immer den anderen mitgeteilt. Und so hatten wir eine ganz tolle Atmosphäre in unserer Band. Ich bin auf den Workshop gekommen durch eine Anzeige in der Zeitung und war sofort interessiert, weil Musik ist einfach sowas Tolles. Und das Highlight war ohnehin auf jeden Fall das Abschlusskonzert. Die Atmosphäre, auf der Bühne zu stehen vor dem tollen Publikum, das ist umschreiblich cool. Zum fünften Mal schon richtete die Stiftung Musikjugend Trier-Land den internationalen Musikworkshop Rock, Pop & More aus. Und wieder konnte der Workshop seine Teilnehmer mit einer talentgeladenen Auswahl an Dozenten begeistern. Rüdiger Baldauf, Christoph Haupers, Markus Kröger, Manuel Lotschütz, Thomas Blug, Chitralse Mappala, Michael Stein, Raoul Walton und Günther Wernow konnten dieses Jahr ihr durch jahrelange Erfahrung im Showgeschäft errungenes Wissen weitergeben. Mit den Coaches Henrik Davis und Christoph Schwind rundeten die Teilnehmer auch ihre Gitarrentechnik sowie unter anderem Bühnenpräsenz ab. Eines der Hauptziele des Workshops ist es, auf lange Sicht Impulse für die Gründung neuer Bands zu setzen. Der musikalische Nachwuchs soll nachhaltig gefördert werden. 線 der technik güten. Musik 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 Musik